Der Weg, den sie einschlugen, wurde immer beschwerlicher. Der Regen hatte den Boden völlig aufgeweicht und obwohl das Frühjahr schon reichlich fortgeschritten war, wurde es immer kälter. Die zweite Nacht mussten sie in einem verlassenen Gehöft verbringen, weil es unmöglich geworden war, die Menschen weiterhin im Freien schlafen zu lassen. Die Kleidung klebte den meisten bereits seit Stunden auf der Haut und außer Regine lagen inzwischen noch ein paar weitere Menschen mit Fieber auf den Karren. Das Gehöft erinnerte Magdalena an jenes, in dem Ruth und Trude sie damals allein zurückgelassen hatten, während sie sich in einer Ecke des völlig heruntergekommenen Wohnhauses so gut wie es ging zum Schlafen bettete, fiel ihr auch wieder ein, dass sie damals von Junker Leonard geträumt hatte. So viel war geschehen, seitdem sie im Grunde genommen seinetwegen von zu Hause fortgeschickt worden war. Aber es war nicht seine Schuld, früher oder später wäre es ohnehin genauso gekommen. Ihr kam wieder in den Sinn, was die Mutter zu ihrem Vater gesagt hatte, bevor Magdalena von zu Hause weggelaufen war, dass er sie schon viel früher fortschicken hätte sollen. Je mehr sie darüber grübelte, desto mehr wurde ihr bewusst, was sie damals einfach verdrängt hatte, dass ihr Vater schon längst darüber nachgedacht haben musste, sie loszuwerden. Entweder durch eine passende Heirat, was ja leider nicht zu bewerkstelligen gewesen war, oder indem er sie als Magd in irgendeinem Haushalt weit weg von zu Hause untergebracht hätte. Dabei lag es nicht einmal unbedingt nur daran, dass er sie hätte durchfüttern müssen bis an sein Lebensende. Es lag eher daran, dass er ihr Wesen als unerträglich, wenn nicht gar völlig gegen die Natur empfand. Jetzt ist es ein bisschen mehr, wenn ihr euch in der Nähe von 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 der Nä